Köln, ist Oliver Pocher, 46, nach der Rosenkriegtrennung von Amira, 31, bereit für eine neue Liebe? Seine erste Ex-Frau Alessandra Sandy May-Wölden, 41, weiß mehr. Während die 31-jährige Amira bereits wenige Tage nach dem offiziellen Ende der Beziehung verkündete, sich wieder auf Schmetterlinge im Bauch zu freuen, trauerte der Comedian dem erneuten ehelichen Scherbenhaufen noch eine ganze Weile hinterher. Hat sich die Situation inzwischen geändert? In einer Fragerunde während der Live-Aufzeichnung ihres Podcasts Die Pochers, frisch recycelt, richtet ein Zuschauer die Frage an Sandy, was denn ihre Tarotkarten über Ollis Liebesleben aussagen würden? Die geheimnisvolle Antwort der Wahl-Amerikanerin lautet, da kommt noch was auf uns zu. Ergänzend fügt sie allerdings hinzu, es dauert aber noch ein bisschen. Sorgen über ein Leben in Einsamkeit muss sich der RTL-Moderator also nicht machen. Aber ob es wirklich was Festes ist, wird oder nicht, das ist eher schwieriger, wurde mir gesagt. Ich soll einfach mal bereit sein. Wir werden sehen, erinnert sich der Kölner an die Bedeutung des für ihn gelegten Wahrsageblattes. Derzeit verharrt sein Herz noch immer im Wartestand. Mit spürbarer Ernsthaftigkeit stellt Olli nämlich anschließend gegenüber dem Publikum und seiner Ex-Frau klar, aktuell gibt es nichts Neues zu vermelden. Oliver Pocher wünscht sich eine Frau mit gewisser Grundintelligenz. Erst kürzlich hatte die ehemalige Viva-Legende erklärt, noch genug damit beschäftigt zu sein, die alte, verflossene, Liebe aufzuarbeiten. Was die nächste Frau an seiner Seite angeht, da hat Olli aber bereits konkrete Vorstellungen. Zur Not wolle er auch zum Katalog greifen. Vielleicht versuche ich es jetzt mit einer Bettelarmen. Eine, die dankbar ist, dass sie einfach nur da ist, so der Komiker. Auf die Liebe auf den ersten Blick glaube er ohnehin nicht. Eine Frau mit eigenen Kindern will der fünffache Familienvater zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls nicht ausschließen. Außerdem sollte eine gewisse Grundintelligenz vorhanden sein. Die hatte ihm bei Cora Schumacher, 47, offenbar gefehlt. Die Schwägerin von Formel-1-Ikone Michael Schumacher, 55, hatte zu Beginn des Jahres im RTL-Dschungelcamp über eine Sexaffäre mit Pocher ausgepackt. Dieser dementierte die Gerüchte vehement und zog die Blondine anschließend in seinem Bühnenprogramm in den Dreck.